dann geht es hier weiter wir werden erst mal beim schmiederich nachfragen china schützen schmutzige geschäfte von akadien tüten ob wir vielleicht den offenthaltsort vom vorletzten kultisten anbieten kann ich habe mir gerade voll das gesicht am tee verbrannt der teppich müsste doch feuer fangen oder nicht doch einfach woanders lang hauptsache am pöbel wir haben nicht genügend wachen um die armen zu beschützen weil sie unser politiker nur los schickt um sie auf die reichen aufzupassen nehmt eine klinge und zeigt ihm was wir wert sind alles kopfgeldaufträge schmied kaufen Wir können Phobos wie einen Einhorn aussehen lassen? Warum wusste ich das nicht eher? Ein von einem Abtrüge verkauftes spartanisches Banner. Da, 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 wir haben, 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 enthüllen, leere Worte bleiben besser ungesagt, leere Worte bleiben lieber ungesagt, wo bist du? Kämpfe auf dem Schlachtfeld von Achaia für Athen, was? Karte Ach, Achaia Für? Für Athen Dann lasst uns das doch tun! Wir können Phobos, Phobos, Inventar bestimmt, ne? Ähm Ja! Ja! Wir nennen es Arschgaul! Oh, Entschuldigung! Ähm Ich denke, die Startstärke Ich denke, die Startstärke Ich denke, die Startstärke republican hätte Nonne Geocke Ich denke, die Startstärke Ich denke, die Startstärke Ich denke, die Startstärke ich schaue nur noch mal kurz kultisten kämpfer auf dem schlachtfeld von ascheia für athen verlass diente dem kult nur um seine lust an metzeleien zu stillen dass man ihn den schweigenbringer nannte war nur ein witz auf dem schlachtfeld brachte er rufe voller schmerz angst wahnsinn und tod sobald die schacht geschlagen war hört man nur noch palace lachen er dachte bestimmt wie so ein esel oder so ein ganz komisches widerliches lachen möglichst ungesehen bleiben ja man schießt nicht auf einen hörner in welcher ist das das ist doch in auf geht's athena hand danke für was danke fürs mitnehmen ähm na gut 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 Komm, 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 komm Lauf doch nicht weg Komm, komm, komm Komm, 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 komm Dann demonstriert doch mal, wie hungrig du bist Wir haben jetzt Pfeile Ja, wir haben wieder Pfeile Zögnerhinweis plus eins Ja, ich bin jetzt wir haben gerade einen solchen hinweis gefunden ach so sollte ein hinweis ja vor boss vielleicht auch noch einer rum hier Ne, Pfeiler. Ähm. Wir haben doch schon mehr Gegner als durch Attentat ausgeschaltet, als nur einen. Und noch viel weiter! Oh. Schön durchgeduckt. Aua! Sag mal! Sag mal! Sag mal! Sag mal! Sag mal! Sag mal! nein ganz schlechte idee mit ihr ja 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 beide direkt ja weiß wo du glaubst du könntest das auf den staatschatz da kommen wir prügel uns hier unten ja 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 ich wollte ja eigentlich gar nicht um Ja gut, jetzt waren wir wieder 95 Millionen gegen einen. Ja. 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 Gut, dann fangen wir halt nochmal von vorne an. Hm. Ja. 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 Verrat uns, was ist Sache. das ist mein weit entfernt bestimmt ja dahinten diesmal sind mal schlauer wir werden erst das leuchtfeuer manipulieren was liegt denn da dem tisch ach nur trachten sehr witzig das war aber wieder knapp mein lieber scholli berechtigte frage so ja 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 ne 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 wird hierまだ geschwüchtert verlettern ausgelaufen ist aber Habt doch Erbarmen! Ich will doch nur einen Kultistenhinweis! Mehr möchte ich doch gar nicht! Haben natürlich euch doch auch einen gefallen, oder nicht? Ja, ist mal den da. Wollen wir nicht alle dasselbe? Wollen wir nicht alle ein Leben ohne Angst und Schrecken? Warum eingreifen? Hm. Wollen wir nicht? Warum eingreifen wenn es auch einfach geht? Wollen wir nicht? Ich hab halt gespeichert. Und wir starten von... Sehr schön! Äh... Ölberungsschlacht verfügbar? Will ich einem Kampf entgehen, muss ich versteckt bleiben. Ich glaub doch gerade die oberen Schlacht wäre verfügbar. Wir machen einen großen Schluck Tee. Okay. Bleib stehen! Okay. So. Das war's doch hier, oder? Um... Wo ist das Leuchtfeuer hin? Ich dachte, ich... Nee... Nein... Oder war das hier? Und es ist schon. Einfach nur schon. Und normalerweise, wenn ich wiederbelebt werde... Aber das war ich hier. Ja, 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 ja. So. Ähm... Bist du der Staatsschatz? Warum ist denn die Startstärke nicht, wenn ich das... Zerstöre? Und Plünder? Ach, jetzt ja. Jetzt minus 30. Aufmerksamkeit. Ja. Okay. Weird. Ja. Ah! 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 Oh, Jesus! Ah! My heart's broken! ich glaube ich auch ja 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 Ja! 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 Das ist dein Leben, wenn ich mich wieder bin. Red nicht so ein wirres Zeug! Mein Geist! oh na schon da wir nehmen wir mit da schleichen auch ein paar rum vielleicht doch hier die stadtstärke so weit zu senken dass die schlacht aktiviert wird ja es ist auch gut so oder steht da beiseite dann halt doch so hier schnapp uns war ein jagdbogen wie war das wenn wir schätze plündern weg mal die stadt stärke nicht streitkolben aber da vorne mussten kriegsvorräte sein wenn wir die zerstören dann tut sich was da sollte ich mich unbedingt bedienen ist jetzt angreifbar jawohl ja das wollten wir doch nur ich werde aber noch mal mal sicher gehen kämpfe für athen wir kämpfen für athen auf zur oberung schlacht für zwölf drachen drehen wir uns noch mal um das gebiet wird sicher gut verteidigt prinzessin arschgaul so ist brav auf zum vorletzten kultisten ja 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 ein wolf trachtet uns nach unserem leben das lässt uns aber unbekümmert ja 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 ich glaube schon angegriffen wenn wir das lager betreten adlermann du kommst gerade recht die spartaner bereiten einen angriff auf unsere truppen vor wärst du bereit den schild heute für athen zu erheben heute kämpfe ich für athen Dann kämpfst du auch mit Ehre. Lassen wir die dreckigen Spartaner leiden. Und den Kultisten erst recht, wenn er sich traut. Habe ich nicht vor. Aufgeben. Das Wort existiert nicht nur in unserem Wortschart. Ja, komm. Habe ich an. Ich werde zusehen, wie das Leben nicht verlässt. Dich war ich am suchen. Das ist schon alles, was du kannst? Enttäuschend. Enttäuschend. Okay. Das hat er jetzt fallen lassen. Komm. Oh, dann sterbt mein Bruder. Ich, ähm. Ich komme jetzt von den Portelemarchen. Okay. Was ist das? Oh, 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 oh! Ja, das war's! So wird gekämpft. Uh. Aber plötzlich wäre ich auf dem Schlachtfeld. Loot. Loot. Überliegt Loot. Ist gar nicht, wo ich anfangen soll. Neue Quest. Betritt das versteckte Skult des Kosmos. Da befindet sich bestimmt der letzte Skultist. Was passiert? Ja, ja. So kann man sich Menschen täuschen. Wir können aber auch den Speer verbessern erstmal. Ach. So viele Möglichkeiten. So wenig Zeit. Geh nach Atlantis zurück. Ich finde und hüte Stero Pess. Wo fühlt sich die Stero Pess denn? Auf Anthros. Ah, da müssen wir auch schon spät verbessern. Dann lasst uns doch erstmal nach Anthros reisen. Würde ich vorschlagen. Wir rufen mal vor was. Das ist doch ein Plan, würde ich sagen. Dann geht's euch learning. Dann geht's nochmal vor. Dann geht's euch hin weiter. Dann gehen wir mal vor. Dann geht's euch um die Stero Pess. Wasٹ auch was Person? Was für das? Was plaque geht hier? Das ist doch immer wieder. Das ist doch interessant. Sch начал mal vor. Dann geht's das? Dann geht's vors phré favored. Geh. L economet χ摩. Also geht's gut drauf. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR So viel Holz, was brauchen wir eigentlich? Was verbessere ich denn als nächstes bei der Adres Thea? Wir verbessern als nächstes Ausdauer von Schiff, Waffenschaden, ich glaube erstmal Ausdauer, ne? 170.000 Drachmen, 10.000 Hammer, ja Schnäppchen! Ne, mit dem Büchchen können wir nichts anfangen. Ne, mit dem Büchchen! 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 so hier kommen wir durch ich dachte schon wir werden in der sackgasse geritten dabei ist es nur korinth ja xy green taxi ich lasse mich doch nicht so von der seite an pardon pardon ja 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 du doch stehen aus des höchers gibt probos bestimmt unter wollte ich sagen da wurden wir auch schon abgeworfen ja komm nikias wall und ich das da bin ich völlig orientierungslos plomb kippt er einfach um ja ich frage mal den weg auf dem weg tschuldigung hmm kippenholz 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 hier runter ja dann sind wir auch gleich wieder am strand und aber absteigen nach alexus sogar gegangen ich werde verrückt